Yo Leute und damit Willkommen zurück zu Kaiso Mario mit dem Flash Mit centoooow Aaaah nur ein bisschen wüyorsun nur ein bisschen Ich kann das eh nicht mehr, ich kann das überhaupt nicht mehr. Ich hab zu lange nicht mehr gespielt. Ey, ich krieg... Nee, ich glaub ich... Ach, da hat ich letztens gesaved. Ich glaub ich komm hier eh nie weiter. Ah, das schaffst du. Nee, glaub ich irgendwie nicht. Glaub an dich. Ich hab's auch geschafft. Du? Aber du keinen erinnern hattest, der dazwischen gesappelt hat. Ja, das hab ich sogar gesagt in meiner Aufnahme. Ich hab das so geschafft, weil wir nicht alleine gezockt haben. Ja. Normalerweise haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Ja? Nö. Ich hab sonst nur zwei Folgen. Deswegen musst du dir unbedingt das aufnehmen. Nein, ich bin ein Idiot. Dann einfach ein Projekt nehmen, was man so zwischendurch nutzen kann. Nee, hab ich nicht. Dann bist du ja auch behindert. Komm bald. Wenn die Testaufnahmen fertig sind, ich hab die noch nicht fertig. Was denn? Was kommt denn? Äh, entweder Arma 3 oder American Armies. Ach ja, das hat es ja erzählt mit Arma. Ja. Ist aber nur ne. Nein, nimm doch den ersten Fisch, du. Kackenhobe. Du bist ein Fischflash, das weiß ich. Scheiße. Hehehe. Ach, man. Das ist so kacke. Du musst an den Fisch springen, an die Schildkröte, die Schildkröte holen und oben noch wieder die Schildkröte mitnehmen. Ja, ich weiß. Das ist behindert, ey. Ich hätte da schon bei ihm, Ero, reingeguckt. Ach man, warum müssen denn die... Mano, ich... Komm hier nicht weiter. Ach kacke. Äh, du kacke bist, weiß ich. Ich hätte einmal speichern sollen. Hättest du ja. Ich speichere einmal. Nein. Scheiße, scheiße. Also wo man zurückspult. Ja. Ja. Ne, 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 einfach mal. Das. Speichern. Ja. Ab. Warte mal, was hätte ich denn noch? So, ja, hier war ich ja auch noch, ne? Ja. So, das klappte nicht, das war ein Scheiß-Safe. Achso, und da habe ich auch gesapft, da bin ich ganz runtergefallen. Okay. Ich lasse immer noch ein Pods, selbst auf Petto ab. Hallo. Ja. Drück mal die Ladetaste, ist klar. Ich glaube, das ist Fail damit. Ist Fail. Stopp. Ich kriege jetzt schon wieder die Krätze, echt. Nö, es ist entspannt. Finde ich gerade. Spann. Doch. Ja, ist klar. Bin das gewohnt jetzt. Ja, ja. Rastet man nicht aus, dann spielt man halt nochmal. Ich habe so wenig gezockt in letzter Zeit. Man muss ja auch mal was anderes zocken, ne? Scheiße. Außer das Real Life. Real Life, was ist das? Außer Real Life zu zocken die ganze Zeit? Ja. Ja. Real Life ist scheiße. Er hat das erfunden. Momentan bei mir auch, aber richtig scheiße. Da hat man keinen Highscore. Momentan ist das auch scheiße bei mir. Scheiße stinkt. Wie du? Ach man, ich komme an die Schildkröte, aber ich komme da nicht wieder zurück. Ja, du bist scheiße, deswegen. Wieso machst du denn das Schloss nicht fertig? Ne, weil ich erst das Bonuslevel mache, weil ich dann auf dich warte. Was? Ja, beim Schloss warte ich auf dich. Bis dahin komme ich nicht, das kannst du knicken. Doch, ich glaube an dich. Ja. Dann gönnst du dir auch mal 10 Minuten Ruhe vor mir. Dann klappt das. Glaub mir, du. Das ist so richtig beruhigend. Ne, ne, ich brauche echt gequatscht dabei. Ich kriege das auch schon so besser hin. Soll das mein Gelaber, ne? Dein Faggot-Gelaber, ja, ist klar. Ich brauche doch Gelaber einfach dazwischen. Weil sonst zicke ich richtig aus. Ach nee, ist ja voll entspannend. Ja, bei... Denkst du? Ich habe mir Musik auf den Ohren gemacht, die... Ich habe Musik auf den Ohren gemacht, die keiner gehört hat. Und dann konnte ich in Ruhe zocken. Hast du das so umgesteckt? Ja. Ich habe Ineos benutzt. Kannst du umstellen, kannst du doch... Einen Player kannst du doch über... Eine Line laufen lassen. Ja, kann man das? Ach, mit dem Audio-Cable, ne? Ja. Ach, was. Ob ich das nicht weiß? Ne, das weißt du nicht. Affe. Ach, komm mir, ey. Nehmt mir einfach mal die Schülkröte mit. Halt's noch Maul. Nein! Oh mein Gott. Ich habe das nicht vermisst, ey. Ist das übersteuert? Und das... Wobei ich das Kiko richtig runtergeregelt habe. Ich habe es nicht vermisst. Ne? Ich weiß, wo das auch mit reinkommt. Aber das weißt du ja auch. Hatte ich dir ja schon erzählt. Nein! Mit diesem bekloppten Schrei. Ach, komm, ey. Ne? Ja! Ich habe es beides geschafft und bin daneben gelandet, oder? Na, ich habe geladen. Ich bin ein Idiot. Ja, ich weiß Bescheid. Warum bist du dann so ein Idiot? Ach man, jetzt hat er den Fisch von hinten genommen. Ihhh, Flash. Merkt ihr, wie pervers Flash ist? Ja, ne? Pervers. Was? Diese scheiß Fische. Captain Igolo hat sie wohl freigelassen hier. YOLO! YOLO! Fineskopf. Das war übersteuert. Danke, dass ich das... Ich bin schon wieder runtergefallen. Ernsthaft. Deine... Dein Arsch ist ernsthaft. YOLO! Ich glaube, wie der Ernst ist dein Arsch. Baaah. Beinig. Ey, du sollst springen, du Assi. Ey, du Assi, du sollst springen, habe ich gesagt. Das ist geil. Spring und dann springt er nicht, ne? Genau, spring mal gegen die Wand, Mario. Du bist so richtig heldenhaft. Äh, ja, wir haben schon wieder zehn Minuten. YOLO! Na ja, sagen wir mal neun. Ne, wir haben sieben. Ja? Ja, ich habe passend... Ja, ich habe passend aufgenommen. Ja, dann musst du bei mir acht sein, du Affe. Wir haben sieben, acht und vierzig. Ja? Hm. Was soll dieser Rotz? Rotzi, rotzi, rotz! Och, Kea, Kinder. Jetzt kannst du doch mal hier klappen, nochmal. Fleisch hat's Maul. Fleisch hat's Maul. Ha, 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 ha. Fleisch hat's Maul. Ha, ha, ha. Ich habe es geschafft. Oh nein, 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 nein. Nicht saven. Oh, mein Daumen, ne? Ganz halt drücken. Dann zählen wir mal drei Stück. Dankeschön. Oh, jetzt ist die Schildkröte ernsthaft kaputt gegangen. Deine Oma ist kaputt gegangen. Ah, fuck you. Nein. Fuck you. Äh. Was ist das denn für eine Schildkröte? Du. Die macht's immer. Äh, ne, die macht boing. Wir probieren's mal aus. Ach, du Scheiß. Was ist das denn jetzt hier? Deine Oma. Die Fische kommen ja immer weiter. Die gehen mir ja richtig auf den... Ah, geil. Danke. Auf den Pils? Bist du ein Pisser? Wow. Das wusste ich bei dir schon immer. Das merkst du aber früher, dass du ein Pisser bist. Ach, danke. Danke, Spiel. Bitte. Flösch. Halt's mal. Was passiert? Habe ich dich gefragt. Ach, bin an den Scheißblock da hängen geblieben. Assi. Assi. Ach, bin an den Scheißblock hängen geblieben. Dankeschön. Ich krieg einen Krampf. So langsam. Hoffentlich in deiner... In deiner eigenen... Hä, wo ist denn... Wo ist denn das Ding jetzt hier? Da ist es doch wieder. Deswegen hast du dir in den Arsch geschoben. Aber richtig. So richtig tief rein. Nein, diese... Diese Nummer 1 Plattformen sind schon wieder hier. Die Nummer 1 Plattformen sind für den Arsch. Ach.